Bisschen klein für zwei Personen. Den Anzeigenteil pflegen unsere Gäste stets, als erstes wegzuwerfen. Wow! So viele! Und alle suchen einen Mieter! Wer wird der Glückliche sein, der uns glücklich machen darf? Ach was, fair geht vor. Er hat als erst anoxiert, er kommt als erster dran. Oh, was ist das? Auf geht's! Na dann, viel Glück! Sie werden es brauchen. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind der Glückliche, wir ziehen bei Ihnen ein! Sind Sie etwa Musiker? Verständlich, ich lebe doch nicht! Aber nicht bei uns, wir sind ein ruhiges Haus. Auf dem gelben Wagen, sitz ich am Schwager vorn. Vor der Zielos betraben, lustig schmettert das Horn. Sie haben wirklich mit der ruhigsten Mieter der Welt! Was sind Sie? Alles, bloß kein Musiker! Nein, Musiker! Nein, kein Musiker! Ich finde Musik zum... Nein! Aber der Wagen, der Rund... An Hause! ... Das war's für heute. Willi, Willi. Kommen Sie wieder, wenn Sie unsere Muttersprache beherrschen. Zu Befehl. Kommen wir wegen der Wohnung. Jungermann, rauchen Sie? Meldige Horsamst, das nein? Überhaupt nicht. Meldige Horsamst, äh, äh. Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Üben, üben, üben. Ja. Mann, ist er klein. Sie haben wohl keine Kinder. Noch nicht. Aber wenn Sie die kleine Heulboje mal kurz abstellen könnten. Haha. Wir vermieten nur an Kinder, liebe Menschen. Sind das alles Ihre? Ja. Und mir leid, ich vermiete nur an alleinstehende Damen. Alleinstehende Damen? Gib mal her die beiden Dinger, die brauche ich. Oh, hallo, Süße. Alles echt? Nein. Ich weiß nicht. Ja,aaa, wirklich nicht.